Hey liebe Borussia-Fans, ich muss euch leider mitteilen heute, dass meine Zeit im Sommer hier bei Borussia als Fußballprofi zu Ende gehen wird. Zu Ende gehen wird. Unabhängig davon waren die letzten knapp acht Jahre auch wirklich die schönste Zeit meines Lebens. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich werde in den nächsten Wochen versuchen, nochmal alles reinzuhauen, um eine richtig gute Restsaison zu spielen, wie ich es, glaube ich, die letzten acht Jahre immer getan habe. Ich bin sehr dankbar für das, was ich hier erleben durfte. Vielen Dank an euch alle. Wir sehen uns bald im Stadion. Einmal Borussia, immer Borussia. Euer Kapital. Euer Kapital.